Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, Robins Finanzwelt. Heute habe ich wieder drei Top-Aktien für euch dabei und zwar geht es mir einmal um die Paypal-Aktie, dann um Vata und dann die dritte Aktie oder das dritte Unternehmen, was ich für euch dabei habe, ist Tesla. Wir gehen auf die aktuellsten News ein und was aktuell mit den Aktien los ist. Ja und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da, um hier nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt und zwar direkt hier mit der Paypal-Aktie. Die Frage ist jetzt, kann sie hier nächstes Jahr vielleicht wieder neue Rekorde feiern oder sich einfach hier so ein bisschen, ja ich sag mal aus dem Winterschlaf wieder erheben. Natürlich hat sie ja insbesondere in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahr so ein bisschen Zeitraum zum Vergessen gehabt. Wenn man sich jetzt hier den Abverkauf genauer anschaut, seit dem jüngsten Rekordhoch von 264 Euro, dann kommt man auf ein Minus von knapp über 35 Prozent. Das ist natürlich schon recht ordentlich. Die Frage ist jetzt, ist es nur temporär oder von Dauer? Mit einem Blick auf die Marktkapitalisierung in Höhe von ca. 225 Milliarden US-Dollar und ein KUV, also ein Kursumsatzverhältnis von ca. 10, kann man sagen, dass die Paypal-Aktie an sich nicht günstig ist. Man muss natürlich immer ein bisschen im Sektorvergleich schauen und man darf auch nicht vergessen, dass Tech-Aktien grundsätzlich immer hier einfach ein paar höhere Werte haben, was das KGV und das KUV angeht. Vor allem aber, was man nicht bedenken darf, ist ja auch die Größe von Paypal als Zahlungsdienstleister und der Markt und die Investitionsthese im Umfeld digitaler Zahlungsdienste ist ganz, ganz klar noch im Takt und jetzt schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Damit die Paypal-Aktie im nächsten Jahr natürlich eine gute Performance hinlegen kann, vielleicht auch in Richtung neue Hochs, wer weiß es, muss noch einiges passieren. Das Wachstum sollte sich auf jeden Fall wieder weiter beschleunigen. Umsatzseitig reicht jetzt ein Anstieg von 13% auf währungsbereinigter Basis auf 6,18 Milliarden US-Dollar einfach nicht aus. Also das war ja hier die Zahlen zum dritten Quartal und das Management besitzt trotz Kursumsatzverhältnis von 10 noch so ein bisschen einen Katalysator und zwar ist es das Gewinnwachstum. Man darf nicht vergessen, dass Paypal hier ein Ergebnis der Aktie von 0,92 US-Dollar hat und zuletzt weiterhin profitabel gewesen ist. Das ist der positive Aspekt und mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis, also mit einem KGV von der Zeit 52 ist natürlich auch die Kennzahl alles andere als günstig. Aber wie schon gesagt, ihr wisst, Tech-Aktien grundsätzlich. Wenn aber das Management schaffen sollte, das Geschäftsmodell im neuen Jahr signifikant hier ein bisschen zu skalieren, dann könnte vielleicht ein Rebound folgen oder einfach so ein bisschen eine Neubewertung, dass man mit Aussicht auf stärkerem Gewinnwachstum und allgemeinen Umsatzwachstum, dann darf man auch nicht vergessen, dass natürlich die Konkurrenz größer geworden ist. Einfach hier allgemein um das ganze Thema Zahlungsdienstleister, da ist der Wachstumsmarkt einfach ganz, ganz klar auf dem Vormarsch und deswegen muss man hier auch so ein bisschen auf die Konkurrenz schielen. Und wie schaut es momentan mit dem Kurs aus? Wir haben heute ein ganz kleines, moderates Plus von 0,15%. Wir stehen bei 168,44 Euro und vom Jahrestief hier bei 158 konnten wir uns schon wieder ein Stückchen lösen. Wir stehen aber noch weiterhin unter der 50-Tage-Linie, die auf jeden Fall hier zu überwinden gilt. Es wird aber der nächste größere Widerstand sein. Schreibt mir jetzt gerne unten die Kommentare, ob ihr auf Paypal setzt, ob ihr sie zukauft in eurem Depot oder vielleicht schon im Depot habt. Würde mich mal brennend interessieren, auch was ihr glaubt für die Zukunft. Das zweite Unternehmen, was ich für euch dabei habe, wie schon versprochen, ist die Warta-Aktie. Auch hier ist ja ein bisschen was passiert, diesmal ein bisschen im negativen Sinne. Wir schauen es uns aber gleich zusammen mit der Aktie genauer an. Was ist hier passiert mit dem Rücksetzer? Auf die 113,30 Euro hat die Warta-Aktie am 28.12. die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt. Man befindet sich hier seit dem 5.11. im langfristigen Abwärtstrend und hat in dem Zeitraum ungefähr minus 12,6% verloren. Und der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell ca. 10%. Das schauen wir uns jetzt auch im Chart zusammen an. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Warta-Aktie sich momentan im mittel- und langfristigen Abwärtstrend, aber kurzfristigen Aufwärtstrend befindet und eindeutige Abwärtstrends in allen Zeithorizonten sind aber jetzt so ein bisschen greifbar, da der Kurs nur um 1,19% fallen muss, um hier den 20-Tage-gleitenden Durchschnitt bei 111,95 nach unten zu kreuzen. Solange der Kurs keine weitere Trendlinie nach oben kreuzt, dann stellt sich das nächste Kursziel auf das am 20.12.2021 markierte 6-Monats-Tief von 107,25, womit man jetzt noch so ein vorläufiges Abwärtspotenzial hätte von ca. 5%. Und man kann es hier ganz gut erkennen, finde ich. Wir stehen jetzt bei 112 Euro, also wir sollten hier jetzt nicht mehr deutlich drunter schreiten, weil dann kann es hier nochmal nach unten gehen. Wie gesagt, man kann es hier unten in der roten Linie ganz, ganz gut erkennen. Das Allzeithoch lag hier bei 171,90. Davon ist man ein gutes Stück entfernt. Wir stehen weiterhin unter der 50-Tage-Linie, was ein ganz, ganz starker Widerstand nach oben ist. Danach wäre die Hürde oder die nächstgrößere Hürde die 200-Tage-Linie. Schreibt mir auch hier jetzt gerne unten in die Kommentare, ob ihr Vata eingesammelt habt im Depot, ob ihr sie vielleicht schon drin habt oder vorhabt zu kaufen. Auch das würde mich brennend interessieren. Gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja und die letzte Aktie bzw. das letzte Unternehmen, was ich heute für euch dabei habe, ist wie versprochen Tesla. Auch hier ist wieder einiges ganz heut brandaktuell passiert. Musk hat hier wieder weitere Tesla-Anteile für einen Milliardenbetrag verkauft und hat das Ganze einfach zu Geld gemacht. Er ist ja aktuell, das wissen ja die meisten, der reichste Mensch der Welt. Er veräußerte jetzt hier rund 934.000 Aktien im Wert von 1,02 Milliarden US-Dollar. Das sind gut 900 Millionen Euro. Das ist schon eine richtige Stange Geld. Damit nähert man sich jetzt dem Ziel, die Beteiligung an Tesla um 10% zu reduzieren. Das hat er ja auch schon getweetet bzw. Bescheid gegeben, dass er hier den Anteil senken möchte. Er will davon auch einen Teil seiner Steuern begleichen und so weiter. Hat er mal getweetet gehabt und wie gesagt, er möchte insgesamt ca. 10% reduzieren. Musk hatte ja Anfang November über ein Votum auf der Plattform eben, also auf Twitter, den Verkauf vom Zehntel seiner Anteile eben zugesagt. Und seitdem hat er schon in mehreren Transaktionen die Aktien versilbert. Und mit dem neuesten Verkauf hat er bislang insgesamt rund 15,6 Millionen Aktien im Wert von 16,4 Milliarden Dollar veräußert. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, das kann nicht jeder behaupten. Man hat hier eben abstimmen lassen über Twitter, ob er sich eben von 10% seiner Aktien trennen solle, um hier eben mehr Steuern zu zahlen. Und um auf die angestrebten 10% zu kommen, müsste er um die 17 Millionen Aktien verkaufen. Also es würden noch 1,4 ungefähr fehlen an Stücke. Und Musk ist auch hier natürlich Teslas größter Einzelaktionär, was auch klar ist. Und nach Berechnung kommt er aktuell auf ein Nettovermögen von 278,9 Milliarden Dollar. Das ist ein Anstieg von fast 80% allein in diesem Jahr. Ja, fand ich mal einen ganz interessanten Wert. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das Ganze schon eingepreist ist, weil die Leute wissen ja, dass das passiert. Es ist schon länger bekannt. Trotzdem, wie gesagt, heute wieder passiert. Und deswegen hier auch das Update zu Tesla. Und wenn wir uns die Aktie anschauen, haben wir hier eigentlich wieder richtig gute Kursgewinne mitnehmen können. Wir stehen heute bei 970 Euro. Heute ein moderates Plus von knapp einem Prozent. Aber wir haben es geschafft, wieder über die 50-Tage-Linie zu kommen und sind auch im langfristigen Bereich weiter über der 200-Tage-Linie. Und wie gesagt, es ist jetzt wieder so eine gewisse Aufwärtsbewegung zu sehen. Man könnte jetzt maximal, denke ich, bis zu einem richtig harten Widerstand bei Allzeithoch anlaufen, was circa bei 1070 Euro verläuft, wie man hier ganz gut erkennen kann. Das Jahrestief laget bei 459. Da ist man ein ganz, ganz gutes Stück entfernt. Und ich bin gespannt, wie Tesla hier weiterläuft und wann hier auch die nächsten Aktien von Musk versilbert werden. Schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, ob ihr weiterhin trotzdem auf Tesla setzt, was ihr für die Zukunft glaubt, ob sie euch vielleicht jetzt auch einfach zu teuer sind, auch von der Bewertung und was ihr einfach allgemein von Tesla denkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Ja, und das war es jetzt eigentlich soweit von meiner Seite. Und wenn euch mein Video in meinem Kanal gefallen hat, dann ist doch jetzt gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen und um mich gerne kostenlos zu unterstützen. Würde mich mega freuen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich freue mich auf das nächste Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.